Einige Herren, die Sie gleich da draußen kennenlernen werden, sind nicht aus demselben Holz wie wir. Die Herren sollen ruhig wissen, woran sie sich beteiligen. Das schließt die Reihen. Ich verstehe. Eine Frage der Dosierung. Eine Frage der Dosierung. Und wie groß sind die großen Maßnahmen? Wir reden über 11 Millionen. Der Obergruppenführer hat seinen Ehrgeiz, Jürgermann? Die Gesamtlösung der Judenfrage ist nämlich genau das. Die Endlösung der Judenfrage. Sie setzen sich nicht in Bewegung. Sie werden in Bewegung gesetzt. Aber das Schicksal hat nun mal unsere Generation ausgewählt, diese Aufgabe zu lösen. Das heißt, fragen Sie den nächstbesten Juden? Er kennt die Antwort. Die Weltkriegsteilnehmer unter uns haben erlebt, was das heißt. Gas. Welches andere Mittel sollte sonst diese hohen Quoten liefern? Mir ist durchaus bewusst, dass Sie im Osten Großes leisten. Aber bitte glauben Sie nicht, dass ich hier an meinem Schreibtisch weniger leiste. Nur weil ich nicht bis zu den Knien dem Judenblut warte. Hinterbrechen. Friedlich. Sehr.